so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play mit dem neue woche mit dem rennen aus schweden und mit dem rennen aus schweden so ist es eigentlich richtig starten wir mal rein in den auftakt 4,4 kilometer stehen heute uns an ich gucke nachher nach wie ich die folge splitte wahrscheinlich wieder ich weiß nicht ob ich zwei oder drei folgen machen wir gleich mal gucken dauert natürlich wieder wir ein bisschen besser geladen hat hier alles da geht's los keine keine vorgaben dann starten wir rein in den auftakt hier drei minuten fünf gibt er vor 5,4,3,2,1, los rechts 3,5 senke, kuppe, links 2, lang, überwählen rechts 4, rechts 6, links 6, senke, 80, kuppe rechts 6, Achtung, in links halten, überwählen rechts 4, rechts 6, links 6, senke, 80, kuppe rechts 6, Achtung, in links halten, überwählen rechts 4, links 3, land, überwählen rechts 4, links 3, land, überwählen in kuppe, sprung, 60, überwählen hier ist ja, wir liegen hinten gerade rechts 4, links, rechts 5, durchsäcke, in links 4, überwählen links 4, überwählen 130, mittig halten, überwählen überwählen 60 kuppe 60 links 6, kuppe 80, senke, rechts 6, links 6, links 4, in rechts 5, 40, überkreuzung, links 5, in links 6. Oh, ja, überkreuzung, nicht, äh, abbiegen. In links 5, durchsenke, und Achtung, rechts 4, rechts halten, überkreuzung, sprung, links 3, durchsenke, links halten, überkreuzung, sprung, in rechts 4, durchsenke, in links 4. So, ich muss mich wieder ein bisschen konzentrieren jetzt, gerade noch ein bisschen mehr konzentrieren, jetzt vorher schon. In links 5, überwenden, in rechts 6, durchsenke, rechts 5, in links 3, durchsenke, 60, rechts 5, welle, 60, links 6, durchsenke, in rechts 5, überwenden, in links 6, 150, Achtung, langsam, sprung, in rechts 4, lang, überwenden, Kuppe, links 4, 60, links 3, durchsenke, Kuppe, rechts 3, durchsenke, Kuppe, links 2, lang, überwenden, rechts 4, links 5, hin, 60, überkreuzung, rechts 6, links 6, 60, rechts 5, überwenden. So, wir sind sowas dann positiv alles grün, schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen. In links 3, überwenden, rechts 4, überwenden, rechts 4, überwenden, rechts 4, überwenden, in links 5, durchsenke, und Achtung, rechts 4, rechts 2, überwenden, sprung, links 4, überwenden, rechts 3, überwenden, in rechts 4, lang, durchsenke, links 5, überwenden, 150, bis 10. So, den Teil war geschafft. So. Wunderbar, der erste Teil ist geschafft. Gut gemacht. Das geht ja noch. Gut, dann müssen wir, dann machen wir auf jeden Fall, den Teil machen wir auf jeden Fall noch hier im Part. So, ich will 3, 4, 8. Ah, ich glaube, wir machen zwei Folgen draus. Ne? Ja, wir machen zwei Folgen draus. Dann gehen wir mit dem nächsten Teil in der nächsten Woche. Wollen wir jetzt hier noch das Rennen und das nächste Rennen. So. 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 Kuppe, 60. Mittig halten. Übergrundsprung, 80. Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6, links 5, rechts 5, links 3, durch Senke, Kuppe, rechts 3, durch Senke, Kuppe, links 2, lang, überwählen. Rechts 4, rechts 6, links 6, senke, 80, Kuppe, rechts 6, 60, rechts 4, überwählen. Links 2, back auf, durch Senke, Kuppe, senke, rechts 4, überwählen. Links 6, Kuppe, 80, senke, rechts 6, links 6, links 4, in rechts 2, lang, überwählen, Kuppe, links 3, durch Senke, Kuppe, rechts 3, durch Senke, links 4, überwählen. Rechts 3, überwählen. In rechts 4, lang, durchsenken. Links 5, überwählen, rechts 4, in links 4, durchsenke, Baustimme außen. Achtung, rechts 3, durchsenke. Rechts 6, 90 Grad links lang. In links 4, in rechts 4, in rechts 5, aufpassen, jetzt geht das schon. Also wir führen auf jeden Fall jetzt mal durch, das ist das Wichtigste. Rechts 4, überwählen, rechts 3, durchsenke, back zu, 2, Kuppe, steine, außen. Links 4, überwählen, 80, Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6, links 5, rechts 5, rechts 5, rechts 4, überwählen. Links 2, back auf, durchsenke, Kuppe, senke, rechts 4, überwählen. Achtung, links halb, überwählen, sprung. Links 4, in rechts 5, durchsenke, in links 4, überwählen. Rechts 4, überwählen. In links 5, durchsenke. Und Achtung, rechts 4, rechts halb, überwählen, sprung. Rechts 5, überwählen, links 4, lang, durchsenke. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6, links 5, rechts 5, links 4, in rechts 2, lang, überwählen, Kuppe, bis Ziel. So, schon drinnen. Wunderbar. Wunderbar, Ziel ist erreicht. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Das war unschlagbar. So, dann gehen wir jetzt rein in den Schlitzerin. So, auf geht's. So, dann gehen wir jetzt rein in den nächsten Tag. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen was länger als davor. Davor. So. So, dann gehen wir jetzt rein. So, dann gehen wir jetzt rein. So. So, etwas über die Hälfte haben wir der Strecke. So. So. So, dann haben wir da ein bisschen abstand geholt. Über eine halbe Minute mittlerweile müsste das sein. So. 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 In rechts, 4. Durchsenke. In links, 4. Rechts, 6. In links, 5. Überwelle. In rechts, 6. Durchsenke. Rechts, 6. Links, 6. Senke, 80. Kuppe. Rechts, 6. Links, 4. In rechts, 1. In rechts, 5. So, jetzt kann ich die Kurve auf. Rechts, 3. Überwelle. In rechts, 4. Lang. Durchsenke. Links, 5. Überwelle. Rechts, 5. Senke. Bis ziehen. So, dann war das erledigt. Alles klar. Und am Ende sind es dann über eine Minute Vorsprung. So, das war Teil 1 aus Schweden. Liebe Leute. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön. doing so. Tja, gut, dann würde ich sagen, wir feiern, wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dirt 4.